Ja hallo Freunde, ihr wisst ja, ich war auf La Gomera und Google weiß wie immer alles und zwar im Valle Gran Ré haben wir gewohnt und da gibt es einen Teil über das Valle Gran Ré selber, ja komplett für die Neueinsteiger, die hier erst einsteigen bei diesem Tal und natürlich auch über das Hotel bzw. die Apartmentanlage Residenzial Eliano, wo wir gewohnt haben. So und jetzt hier am Anfang erkläre ich euch ganz kurz, wo wir uns jetzt heute hin bewegen und zwar einmal eine kleine Inseltour, erstmal hier in Richtung San Sebastian, der Hauptstadt und dann zurück hier über die Orte wie Hermigua und an der Stelle hier oben Agulo, könnt ihr da sehen, diese Geschichte hier. Und dann einmal hier zurück über Valle Hermoso und das Ganze dann wieder zurück nach Valle Gran Ré zum Tal des großen Königs. Ja, und dann ab Minute 22 machen wir unsere nächste Inselerkundung und zwar auch wieder natürlich vom Valle Gran Ré und dann einmal hier zur Playa de Santiago. Ja, das ist hier unten an der Stelle auch wieder so eine Geschichte für die Leute, die irgendwie das Meer suchen. Ist auch nicht zu sehr touristisch, würde ich mal sagen, genauso wie Valle Gran Ré auch, so wie die ganze Insel Lagomera. Ja, und dann sind wir einmal über Hauptstraße hier entsprechend hin, über Aruhe und so weiter runter und dann gab es noch ein paar Nebenstraßen hier mit wunderbaren Ausblicken auch. Solltet ihr auch mal ausprobieren an der Stelle immer auch mal eine Nebenstraße zu nehmen. Ja, und das Ganze dann hier ab Minute 22 circa. Ja, dann viel Spaß mit dem Video. Ja, dann viel Spaß mit dem Video. Ja, dann viel Spaß mit dem Video. Leute, wir verbringen nicht die ganze Zeit im Auto, sondern wir schauen uns natürlich noch ein bisschen was an. Seht ihr hier schon, ne? Und ihr könnt so oft aus dem Tal rausfahren, wie ihr wollt. Ihr habt immer wieder neue Einblicke. Ja, die Sonne steht anders. Ja, also die Lichtverhältnisse sind andere. Und es macht immer wieder ein bisschen Spaß hier auf das Tal des großen Königs zu schauen, ne? Und ihr habt aber auch gesehen, die Straßen sind für so eine kleine Insel, also mehr als anständig. Insbesondere die Hauptstraße natürlich. Und ihr erreicht mit dieser Hauptstraße wirklich, ja, eigentlich alles. Weil ihr könnt immer irgendwo von jedem Punkt der Insel irgendeine Wanderung starten, ne? Es ist halt für mich in meinen Augen eine Wanderinsel. Und, ja, braucht also kaum Nebenstraßen fahren, um wirklich mal irgendwo hinzukommen. Start, Ziel, Endpunkt und so weiter, ne? Von irgendeiner Wanderung. Sondern im Endeffekt irgendwo an dieser Hauptstraße gibt es immer eine Gelegenheit zum Parken. Und es gibt immer einen Startpunkt. Ja, also nochmal Straßen, ganz anständig. Und die Insel, ja, wunderschön. Seht ihr jetzt. Insel, ja, wunderschön. 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 Musik Musik Ja Freunde, wir sind bald da. San Sebastian de la Gomera, die Hauptstadt. Ich meine gelesen zu haben 3000 Einwohner. Die ganze Insel hat ja nur 21.000, 22.000, je nachdem aus welchem Jahr man die Statistik nimmt und wem man da tatsächlich glauben mag. Ja und ihr seht schon unten, wir nähern uns entsprechend hier dem Fährhafen bzw. dem Hafen. Und ja, was mich so ein bisschen traurig gestimmt hat, eigentlich ist diese Tatsache, dass man hier diesen Kreuzfahrtschifftourismus zulässt, will ich mal sagen. Denn an für sich kann so eine kleine Insel das gar nicht vertragen. Da gibt es dann so ein paar große Busse, die dann teilweise auf viel zu engen Straßen fahren. Ja und dann die Ausflugsziele, die man als Individualtourist auch mal gerne besucht hätte, belegen. Und ich glaube nicht, dass das der Insel gut tut. Aber nun gut, ist meine persönliche Meinung. Ja und hier seht ihr das Riesenrathaus von San Sebastian de la Gomera. Da hat jede kleine Dorfgemeinde bei uns, denke ich, ein größeres. Aber es ist einfach nett. Es ist klein, es ist überschaubar alles. Die gesamte Insel, die Orte sind klein. Und ja, auch hier die Hauptstadt, entsprechend kleiner Strand. Und mit dem Begriff Hauptstadt verbinden wir in aller Regel etwas anderes. Aber das ist sie, könnt ihr mir glauben, liebe Freunde. Aber es gibt natürlich auch ein paar Nebenstraßen und Gassen, die wir gleich noch uns anschauen werden. Ja und später melde ich mich nochmal, gebe euch nochmal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten über la Gomera. Aber ich denke nochmal, könnt ihr alle sehr, sehr gut nachlesen, die gesamte Geschichte. Wikipedia bietet euch da wirklich sehr, sehr viele Informationen. Okay. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir sind auf der Zielengeraden, dann war ihr Hermosso, also frei übersetzt, schönes Tal. Und das ist es auch. Es ist ein schönes Tal. Das könnt ihr selber, denke ich mal, anhand der Bilder hier sehr, sehr gut nachvollziehen. Also wunderschön gelegen und ja, ich sage mal, keine großartigen Bausünden. Und wirklich ein Dörfchen, wo man sagt, okay, das macht Spaß. Mit dem Auto ist es ein bisschen schlechter, weil da sind dann wirklich teilweise Straßen, wo man auch mal zurückfahren muss. Aber toll, absolut toll. Hat einen Riesenspaß gemacht. Ihr seht hier nochmal die Landschaft. Also ganz, ganz toll gelegen. Ja, was soll ich euch noch über die Insel sagen? Ihr könnt ja heutzutage alles googeln, Wikipedia und so weiter und so fort. Ja, 21.000 Einwohner könnt ihr euch vorstellen. Das sind so pro Quadratkilometer irgendwas um die 57 Einwohner. Also es geht schon sehr, sehr ruhig und beschaulich hier auf der Insel ab. Nachteile habe ich euch genannt. Das ist einfach dieser Kreuzfahrttourismus, Kreuzfahrtschifftourismus. Finde ich persönlich nicht gut. So, ansonsten aber werdet ihr zu 99% Ruhe haben und von diesem Tourismus gar nichts mitbekommen. Also die werden immer zu gewissen Punkten gekarrt, irgendwelchen Ausflugslokalen, sonst irgendwas. Bekommt ihr gar nicht mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wer die anderen Teile auch gesehen hat, der wird jetzt festgestellt haben, ja, wir sind schon wieder zurück. Das Tal des großen Königs ist schon wieder in Sichtweite und deswegen jetzt hier die Fotos. Ich bin aktuell noch nicht dazu gekommen, aber ich denke, auch das mache ich jetzt kurzfristig und stelle euch diese Fotos wieder in Panoramio ein. Und ihr könnt sie dann anschauen unter www.panoramio.com slash MrBowlFish. Und das Schöne ist, dass die ganzen Fotos dann getackt sind und natürlich dann auch in Google Earth an entsprechender Stelle, ja, dann auch erscheinen. Und ihr könnt euch anschauen, wo der Dirk so überall war. So, jetzt noch ein bisschen Musik und dann sehen wir uns gleich bei dem zweiten Tal wieder hier in diesem gleichen Video, wo wir dann die Tour nach Playa de Santiago gemacht haben. Okay. аньm. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und, na? Musik Musik Ja, ihr seht schon, dass wir wieder auf dem Rückweg sind von Playa de Santiago und man gewinnt immer wieder neue Einblicke und so weiter. Ich denke, das ist klar. Ja, gleich kommt noch was von Valle Hermoso von der anderen Seite aus. Und ihr fragt euch immer, was sind diese beiden Geschichten, diese beiden Inseln? Ja, das eine ist Teneriffa und verkennbar mit dem Pico del Teide, höchster Berg Spaniens. Wobei Spanien natürlich noch sehr, sehr weit weg ist von den Kanaren. Na ja, gut, lassen wir das an der Stelle. Ja, und hier war ja Hermoso nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Und ich habe auch hier einige Teile für euch von 4K dann entsprechend konvertiert. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Normalerweise müsste es so eine Art Upscaling geben, aber entscheidet selber. 4K, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das kommt. Deswegen hier das wunderschöne Valle Hermoso. Ja, meine Lieben, wir neigen uns dem Ende zu. Ihr seht es schon an den Fotos von diesem, ja, wieder sehr langen Video über La Gomera. Aber ich denke, ich habe so viele Zuschriften immer bekommen. Die Leute sagen, okay, bitte alles drin lassen. Vorspulen kann ich selber. Aber das ist vielleicht auch der richtige Weg. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich ganz, ganz viel hier schon weggelassen habe an der Stelle. Weil, ja, sonst wären wir bei 60 Minuten locker. Und ich habe mir so ein Ziel gesetzt, 30 Minuten, maximal 35. Und das haben wir erreicht. Ja, ich mache euch jetzt noch ein bisschen Musik. Und wir sehen uns dann wieder bei den Filmen über meine Wanderungen. Und auch da gibt es nochmal sehr, sehr schöne Einblicke. Das kann ich euch versprechen. Bis hierhin wünsche ich euch schon mal alles Gute. Und sage, bis zum nächsten Video. Euer Dirk, euer Dirk, euer Mr. Bollfisch. Ich bin jetzt mal alles Gute. Amen. 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 Amen.